Also auch wenn wir unser jetziges M-Scan-Radar, also das mechanisch schwenkende Radar in der Kategorie als eins der weltbesten Radare betrachten, muss man doch sehen, dass diese Technologie ungefähr 30 Jahre alt ist. Und in den 30 Jahren hat sich natürlich bezüglich der Bedrohungsszenarien einiges verändert. Und auch der Eurofighter, ursprünglich gedacht als Abfangjäger, sind natürlich zusätzliche Rollen dazugekommen, eher die Groundrolle. Man muss viel mehr am Boden bekämpfen können. Und diese Möglichkeit, diese neuen Bedrohungsszenarien entsprechend auch zu beantworten zu können und auch das Wachstumspotenzial nutzen mit einem Software-Defined-Radar sozusagen, ist jetzt natürlich der Schritt zu dem E-Scan-Radar enorm wichtig und erforderlich. Der wesentliche zusätzliche Schritt ist die Breitbandfähigkeit. Das jetzige Radar hat bestimmte Einschränkungen bezüglich der Breitbandfähigkeit, die bestimmte Einschränkungen in den Anwendungsfällen gibt. Zum Beispiel eine verbesserte Bildqualität eines Radarmappings am Boden zum Beispiel. Oder auch die höhere Störfestigkeit gegenüber Einstrahlungen von entsprechenden Abwehrmaßnahmen von gegnerischen Flugzeugen oder gegnerischen Bodenstationen. Dazu dient jetzt eben auch die Erweiterung mit dem Multi-Channel-Receiver. Also für Hensoldt gibt es natürlich zwei Dimensionen. Einmal, du hast es schon erwähnt, das ist für uns in unserer Historie der größte Auftrag, den wir je reinholen. Und bietet da natürlich auch in der Situation eine Planungssicherheit für den Mitarbeiter. Es wird eine Auslastungssicherheit geben für viele, viele Jahre. Der zweite, aber mindestens genauso wichtig, wenn nicht vielleicht sogar strategisch wichtigere Gedanke, ist das Thema, dass wir hier zum ersten Mal für ein Airborne-Radar, ein Airborne-Fighter-Radar, eine Systemverantwortung für das gesamte Radar übernehmen. Und haben in diesem Zusammenhang auch die Gesamtverantwortung für das Gesamtsystem Radar, inklusive der Zulassbarkeit des Radars. Und auch natürlich die Managementverantwortung, unsere Partner, in dem Fall Indra, und die Subcontractor Leonardo in Thalien und in UK zu steuern. Und das ist natürlich zum einen eine Management-Herausforderung für das Projektmanagement und erfordert entsprechende Fähigkeiten und Professionalität. Und zum anderen eben auch technische Herausforderungen, denn jetzt sind wir für das gesamte System verantwortlich und können uns nicht mehr hinter einem anderen Leader verstecken. Wenn wir als deutsche Industrie für so einen Sensor, der der Schlüsselsensor im Produkt in dem Flugzeug Eurofighter ist, verantwortlich sind, spiegelt sich die Verantwortung natürlich auch auf der Kundenseite. Das heißt, jetzt haben wir die Möglichkeit zum ersten Mal mit nationalem Partner Deutschland und auch über den Partner Indra, mit dem nationalen Partner in Spanien, das Produkt auch operationell weiterzubringen. Das heißt, hier wird ja auch angedacht, hier eine Art Erprobungsteam zu bauen, gemeinsam zwischen Luftwaffe, den Beschaffungsbehörden und der Industrie, das Produkt sozusagen möglichst nah an den operationellen Einsatzbedürfnissen weiterzuentwickeln. Und dazu bedarf es eben auch der intimen Kenntnis der operationellen Ergebnisse aus dem Einsatz. Und hier sitzen wir an der Quelle der Informationen und haben auch natürlich die Möglichkeit, das möglichst optimal zu nutzen und auch der Kunde dabei Einflussnahme zu haben auf die Weiterentwicklung dieses Sensors. Das ist definitiv eine Riesenchance für uns. Aber wir müssen uns ganz klar sagen, wir müssen uns jetzt beweisen, dass wir diesen Anspruch, den wir uns selbst stellen und auch dieses Commitment, das wir den deutschen Kunden gegeben haben, auch einhalten. Wenn uns das gelingt, sind wir in der gleichen Liga wie eine Thales, wie eine Leonardo. Und damit sind wir ein wirklich auf Augenhöhe ernstzunehmender Geschäftspartner oder auch Konsortialpartner oder Kooperationspartner, wie auch immer das in der Zukunft ausschauen wird, für eine neue zukünftige Plattform wie das EFKAS. Dazu bedarf es aber wirklich, dass wir jetzt auch performen. Das heißt, wir müssen jetzt das, was wir als Anspruch an uns selbst haben und an Commitment an den Kunden gegeben haben, müssen wir jetzt erfüllen. Und wenn uns das gelingt, dann sind wir definitiv in der gleichen Liga. Und wenn uns das gelingt, dann sind wir das gelingt, dann sind wir das gelingt, dann sind wir das gelingt.